Wie er schon die Rauchschwanen hinter sich herzieht und trotzdem mal so viel HP hat. Vielleicht besteht heute die Stunde da draus, dass ich mich auf diesen Harriard stelle. Mir fehlen einfach die Möglichkeit, ihm auszuweichen, und zwar zum Schaden zu zutaten. Und jetzt kommt er sogar noch rum, wie du das gesehen hast. Da fliegt er umher. Ja, dann take off care of it, man. Ich bin so gut wie tot. Fuck. Tja, liebe Freunde. Glück gehabt ein wenig. Ich muss doch scheiß Ratio nennen, komm unbedingt. So, und ich muss mich hinsetzen, unbedingt. Was er aber nicht macht, während den Stinger draußen hat. Aha, ich bin ja so hilfreich. Ja, super. Verstecken wir uns. Ich sollte die Ration auswählen. Wenn's Auge gehen können. Ja, kann mal ein bisschen sein Glück versuchen, ne? Dann bin ich da hoch. Kann mal versuchen, um einen zu verpassen. Hat aber wieder nicht funktioniert. Natürlich nicht, warum soll's das auch? Schön. Fingermodus. Ja, mach ich auch jetzt hier. Zack, bumm. Zack, bumm. Von der Ration? Nee, unbedingt. Ich hab ein bisschen klimpern gehört. Oh Gott. Ja, da unten. Fallen lassen. Ration. Huh. Ok, wo auch immer der Koffer schießt. Ah. Wo ist er denn? Ok. Jetzt würde ich hier doch als es halt bloß hier so umschwenken. Aber hier unten bin ich eigentlich relativ sicher. Davon hängt er, glaub ich. Dann machen wir doch noch mal. Was? Ist das unser bestes? Snake könnte wirklich auch so nochmal ne Ration werfen. Damit ich eine extra hab. Ah, der hat halt so viele. So. Nach vorhin ist er jetzt wieder verschwunden. Da hinten. Gut. Das kann man aber wieder absetzen. Das freut mich. Kann man auch zwei absetzen? Näh, wenn einer fliegt. Näh. Nicht immer funktioniert. Konnte zwar zwei abfeuern, aber nur einer hat getroffen. Blöderweise. So, das kommt wieder von unten und hier oben hoch. Und ha ha ha, ich bin der Blut. Ah, das wird jetzt. Aber doch, war das was? Oh Gott. Ich muss mich ja... Ein bisschen bewegen. Los jetzt, los jetzt. Feuer, Feuer, Feuer. Einfach Feuer. So, wir haben fast unten. Ha ha ha. Kann man auch in ne Ration? Ja, super. Schön, dass sich die Lebensenergie auffüllen lässt, finde ich. Ist er denn? Verschwunden? Ja. Wir kriegen einen Hit. Wir kriegen einen Hit. Super cool. Ha ha ha. Ha ha. Das war's. Uh. Spitze. Das war's. Boas ist nicht einfach. Da war's. In-Belt war's. Da war's. Etwas. Was ist ein Ding. Das ist Metal Gear! Es ist bereits aktive! Das ist Metal Gear! They got my eye! Fab, go! Fab, go! Hey, was ist das? Es läuft auf Wasser. Raiden, bist du gut? Ja, wie geht es mit euch? Wir haben nicht gewohnt, aber wir sind gut. Der Schopper? Wir brauchen ein paar Zeit für die Veränderungen. Oh. Der Präsident ist alles dein. Okay, kann ich dir etwas fragen? Was? Bist du THE Snake? Sie sagten, du bist tot. Nein, nicht ich. Es gibt noch viele Dinge, die ich tun muss. Snake, du bist ein legend, und deshalb muss ich dich das fragen. Legend? A legend ist nichts, aber Fiktion. Someone sagt es, jemand erinnert es. Alle passen es auf. Ich bin hier, weil ich mich auf diese Mission gewohnt. Nicht, weil ich will. Wenn ich so, wäre ich hier weg. Wie können Sie zurückkommen? Warum immer weiter? Es ist etwas, was mein bester Freund sagte zu mir. Was? Wir sind nicht die Geräte der Regierung, oder jemand anderes. Was? Das war die einzige Sache, ich war gut, aber... ich war immer für das, was ich glaubte. Was? 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 Das war Liquid. Er und Snake sind identisch auf der Genetischen Ebene. Liquid? Eine Deception. Für unsere eigene Schutz. Wir haben ihn verraten. Wir haben ihn verraten von einer Organisation. Es ist ein Problem. Das ist alles. Das ist alles. Sie sind wirklich ein NGO? Insofern als wir eine Non-Profit Organisation von civilians advocating eine cause, ja. Die cause ist die Erraten von Metal Gear. Wir arbeiten selbst. Aber es ist eine cause wertvolle Kampf für. Warum würdest du deine Hände aus für etwas so Risky? Das ist die Weise, wie ich es sah, vier Jahre zu sehen. Ich war in den Mitteln von Nowhere in Alaska, zu viel. Wir haben eine Verantwortung für die kommende Generationen, für den Welt. Was ist die Aufgabe? Was ist das Aufgabe? Ich weiß, die Fehler verschwindeln wir als especieens gemacht haben. Wir brauchen, uns zu sein. Das Das hilft mir. Ihr könnt ihr ändern, der Zukunft? Ich bin nicht so arrogant als das. Was ihr tun ist kein Ativismus zu lassen. Es ist eher wie Terrorism. Ich admit das. Aber unsere Gruppe, Philanthropy, hat ein paar Informationen bekommen. Ein neues Metal Gear Prototyp war hier entwickelt. Und Terroristen waren zu raadieren, die Facilität. Die Informationen kamen von einer sehr verletzenden Sitzung. So Sie sind hier, zu... Wir sind hier, zu stoppen all das. Aber ich habe auch eine persönliche Motive. Looks wie die Terroristen haben seine Frau in der Big Shell. Wir sind hier, nicht unter jemandem's orders. Wir haben unsere eigenen Battles. Autokon ist hier für jemanden. Ich bin nicht. Das ist eine Militär-Mission. Jack, bist du okay? Just barely. Du hast mir fast einen Herz. Entschuldigung. Es war nicht das. Ich weiß das. Und ich weiß, ich muss mich stärker bleiben. Sag ein Wort für mich, Rose. So ich kann zurückkommen. Du wirst es zurückkommen. Ich bin mit dir all den Weg, remember? Das bedeutet viel zu mir, you know. Ich werde die Daten retten. Okay, Jack? Na klar soll die speichert werden. Nach so einem geilen Bossfight hat man sich das verdient. So. Na, zack. Und weiter im Text. Colonel, Metal Gear's already gone active. Es ist nicht zu lange. Du kannst noch ein Nucleer-Strikt durch den Präsidenten und durch die Passwort confirmation von sichern. Geht zu dem Präsidenten. Er ist in der Core-Sektion von Shell 2. Ich habe die Satellite-Image. Sie sehen, du kannst zu den Core aus der anderen Seite von Strut L. Der Core hat noch nicht untergebracht, von dem wir können. Es ist nicht mehr so, dass wir die Satellite schmuckern können. Dann gehen wir zu den Vorstellungen. Dann gehen wir zu den Pfeichern. Der einzige Strat-Versatz ist das L. Das Begriff hat jetzt nicht funktioniert. Es ist wie sie nicht mehr für den Ort haben, für diesen Ort. Colonel, du warst die Kodeck-Kälen. Der Mann war der Richtiges Snake im Leben, all along. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht? Ich verstehe dir, Raiden. Warum sagen Sie das? Weil sie nie ein Teil der Simulation waren. Sie sind ein Faktor ungewöhnlicher. Du kannst deine Simulation und... Wir sind hier, wir blühen, wir sterben! Calm down! Ich sage, dass du, Raiden, selbst wenn das Snake ist. Das hat keine Beherung auf deine Mission. Colonel, du und Snake warst du auf der gleichen Seite. Ich verstehe nicht. Ich habe über dich und Snake gelesen, in In the Darkness of Shadow Moses. Ich gebe keine Ahnung, was dieser Schraube gesagt hat. Verstehst du mich? Hm. Irgendwie ist der gute Colonel ein wenig seltsam.